Ja, meine Freunde, erstmal wunderschön, dass ihr wieder eingestellt habt zum neuen neuen Video hier auf diesem Kanal. Heute mit zwei Themen gepackt, zum einen Manuel in Bom vor Wechsel nach Dänemark und Niklas Völkow bzw. Werder Bremen bestätigt die Anfragen für Niklas Völkow. Jetzt wird es heißer, es geht sogar schon der ein oder andere Experte in die andere Zeitschrift, soweit, dass man sagt, der Wechsel rückt immer näher. Also es wird jetzt wirklich wohl sehr, sehr heiß. Wir quatschen mal darüber, fassen alles zusammen und ich wünsche euch erstmal allen einen wunderschönen Feierabend, denke ich mal. Denn wir haben jetzt schon gleich halb sechs, von daher wünsche ich euch allen erstmal einen schönen Feierabend. Und es würde mich sehr freuen, wenn ihr gerne ein Däumchen da oben da lasst und auch gerne ein Abo da lasst, meine Freunde. Und ich muss euch eine Sache ganz kurz erzählen, das fand ich gerade wirklich sehr, sehr süß. Ich war gerade mit meinem Sohn bei der Logopädie und da sind wir zurückgegangen und dann habe ich gesagt, schauen wir gleich mal, ob Werder schon einen neuen Transfer gemacht hat. Und dann hat mein Sohn ganz trocken rausgehauen, Papa, natürlich nicht. Das fand ich dann doch sehr, sehr geil, dass auch ein Siebenjähriger gemerkt hat, ja, aktuell geht da einfach nichts. Es ist schon, ja, vielleicht ist es auch einfach für mich jetzt gerade sehr, sehr cool gewesen oder sehr amüsant gewesen. Aber ihr könnt ja mal reinschreiben, ob ihr es auch gefühlt habt. So, jetzt gehen wir aber erstmal auf das Bomb-Thema ein, dann auf das Völkug-Thema. Ganz bewusst mache ich das, weil für die Leute, die jetzt sagen, ich will das mit dem Bomb hören, mit dem Update. Völkug, erst wenn es fix ist, dann kann ich abschalten, gar kein Problem. Deswegen, Völkug-Thema packen wir nach hinten. Für die, die aber das Update haben wollen, wird es dann eben, ja, auch in diesem Video praktisch zur Verfügung sein. Deswegen sprechen wir darüber. Wir fangen aber bei Manuel und Bomb an. Da haben wir ein Update bekommen. Dann kam ein Artikel raus. Ich tue aber gerne hier in dem Fall auf den Insta-Kanal von Werder Bremen-Fans aufmerksam machen, statt jetzt auf irgendeinen Artikel, die geschrieben haben, beziehungsweise der Kollege, der geschrieben hat, Manuel und Bomb steht kurz vor einem Wechsel nach Dänemark. Der genaue Verein steht noch nicht fest. Werder würde eine kleine Ablöse kassieren. Ich habe sogar gehört, dass Manuel und Bomb eigentlich mal gepokert hatte, damit zu den Saudis zu gehen. Ich weiß da jetzt nicht genau, was dahinter war. Da könnt ihr mal gerne reinschreiben. Vielleicht Familie absichern etc. pp. Wie gesagt, soll wohl auch mal dran gewesen sein. Weiß aber nicht, was, also ist wahrscheinlich sehr viel Spekulation mit drin. Was aber wohl feststehen soll, ist, dass er kurz vor dem Wechsel in Richtung Dänemark steht. Wundert uns das jetzt gerade wirklich eigentlich nicht. Bei Manuel und Bomb gab es ja ein ganz, ganz weites Hin und Her, muss man sagen. Zwischen, nach seiner langen Verletzung war ich einer der Ersten, der gesagt hat, ich verstehe überhaupt nicht, wie man sagen kann. Da hatte Fritz sich noch hingesteckt, hat mit einem Interview und hat gesagt, natürlich planen wir mit Manuel und Bomb weiter. Und auch nächstes Jahr, wo es für mich schon so war, boah, bei dem Mitte fällt und wenn man eigentlich noch Verstärkung holt, wo siehst du den? Und als Rechtsverteidiger, da habe ich ein bisschen Gänsehaut bekommen, aber nicht mit positiven, sage ich euch. Dann gab es aber die Vorbereitung und da musste ich alles von mir zurücknehmen, denn Manuel und Bomb hat sich reingeschmissen, hat sich wirklich reingeackert, reingebissen, hat gekämpft, hat sich gezeigt. Und das waren wirklich ambitionierte Auftritte von jemandem, der sich eben wirklich zeigen wollte. Und da kann man ihn auch viel beglückwünschen. Jetzt aber wieder komplett außen vor. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, auch bei den letzten Vorbereitungspielen oder von den Leuten, die wir jetzt spielen, die sie sehen, haben auch, ist Manuel und Bomb mit Sicherheit nicht einer derjenigen, wo ich gesagt habe, der wäre jetzt viel schlechter als viele andere da auch gewesen. Da muss ich schon ganz ehrlich sein. Also eine Chance hätte man ihm vielleicht geben können, aber dennoch kann ich auch verstehen, wenn man ihn jetzt abgibt. Ich glaube, sein Vertrag ist hier nicht bekannt, ich glaube, dass es wohl auf ein Jahr wahrscheinlich sich hinauslaufen wird. 800.000 Mark hat er, 23 Jahre ist er alt. Es soll eine sehr niedrige Ablöse sein. Also das steht wohl auch schon fest, es soll eine niedrige Ablöse im Raum stehen. Aber somit machst du wieder einen Kaderplatz mehr frei. Und ich gehe davon aus, dass man so ein Doppelding dadurch macht. Zum einen kassiert man ein Stück weit Kohle wieder ein, also ein Stück weit Transfergewinne, die man wieder mehr einnimmt. Und zum anderen streichst du aber auch Gehaltssumme X, um vielleicht eben nochmal mehr in diesen neuen Linkserteiliger sozusagen zu stecken. Wobei es langsam auch krass wird, wenn man dann sagt, okay, Manuel Baum, Buchanan weg, Niklas Schmidt weg. Ja, und wir waren vorher, Aussage Werder, handlungsfähig. Das heißt, selbst wenn wir Linden abziehen von dem Ganzen, dass wir da irgendwie jetzt, weiß ich nicht, also irgendwie ist das alles sehr, sehr komisch, wie das Ganze gelaufen ist. Vor allen Dingen, bei mir sind halt immer noch diese Worte im Kopf bei Buchanan. Er wird erst abgegeben, wenn ein Ersatz da ist. Und ich glaube, wir hätten es alle, beziehungsweise ich hatte mich schon auch abgefuckt, als dann nach zwei Tagen immer noch keiner da war. Hatte ich damals auch ein Video gemacht. Aber dann habe ich gesagt, wenn er wenigstens Ende der Woche da ist, dann, weißt du, hast du allerdings noch ein bisschen Zeit, um ihn einzugliedern. Jetzt ist er immer noch nicht da, vier Wochen danach, also fast einen Monat, nachdem Buchanan jetzt gegangen ist, ist immer noch kein neuer Linksverteidiger da. Und mittlerweile heißt es sogar, wir haben gar kein Geld, um einen Linksverteidiger zu kaufen, sondern eine Laie steht vielleicht sogar nur im Raum. Bei Lenz haben wir angefragt und der war uns wohl zu teuer. Jetzt wird er mit Schalke in Verbindung gebracht, wo man schon große Fragezeichen bekommt, wenn da dann das finanziell das Problem war. Wobei ich da auch überhaupt nicht von überzeugt gewesen wäre. Also, dass wir Lenz nicht geholt haben, finde ich sogar gar nicht mal so verkehrt. Das war ja ein Gerücht von Sky. Dennoch, Manuel Baum, um wieder zurückzukommen, wenn du da vielleicht 500.000, 400.000 jetzt für bekommst. Ich denke mal, in so einem Bereich wird es sein, nach einer langjährigen Verletzung dann eine Weiterverkaufsgebühr mit drinne hast, dann ist ja alles okay. Ich wünsche meinem Baum nur das Allerbeste in Dänemark dann. Alles gut, drück ihm da die Daumen. Hoffe, dass für ihn auch der Wechsel jetzt so zustande kommt, dass er dann auch glücklich ist, sage ich mal. Und dann müssen wir wieder weiter auf uns schauen. Was wird da jetzt noch gemacht? Ja. Und dann gehen wir zum zweiten Thema natürlich. Und das ist unser guter Niklas Völkug, wo es zwei Artikel, mehrere Artikel natürlich gibt. Es gibt jeden Tag drei, vier, fünf, sechs, sieben Artikel gefühlt. Aber das hier ist zum Beispiel einer davon. Wer da bestätigt, Anfragen für Völkug und drüber als Kleingeschriebenes macht Eintracht Frankfurt ernst. So, wir fassen mal zusammen. Also, es wurde ja gemutmaßt, dass AC Mailand und Eintracht Frankfurt interessiert sind an Niklas Völkug und wohl sich auch erkundigt haben. Dann hat Werder gesagt, uns liegen keine Angebote vor. Also das Ganze wurde zumindest erstmal so ein bisschen kalt gemacht. Auch von Eintracht Frankfurt Seite aus hat sich irgendjemand geäußert gehabt und hat gesagt, wir beschäftigen uns mit Damen und Damen gerade nicht. Jetzt wird aber zumindest von Fritz auch bestätigt, dass immer wieder auch Anfragen gerade kommen und es da auch Anfragen gibt. Und ich möchte euch ein, also das Zitieren eigentlich, was Fritz sagt, damit ihr auch genau wisst, was er gesagt hat. Weil wir wissen das ja auch. Oftmals werden dann auch gerne so Überschriften produziert. Aber ich zitiere mal. Es gibt immer wieder Anfragen für ihn. Wir sind da weiterhin einem guten Austausch mit Fülle und seiner Agentur. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. So, und jetzt ist hier zum Beispiel in dem Fall die Schlussfolgerung. Wenn schon etwas für den Angreifer bei Werder ankommt, dann sind in jedem Fall bereits positive Gespräche zwischen Völkrug und den betreffenden Klub geführt worden. Das ist etwas, was ich auch glaube. Ich glaube, dass Völkrug mit Klubs geredet hat. Ob es jetzt Frankfurt und Mailand ist, da mache ich ein großes Fragezeichen dran. Keine Ahnung. Kann sein, muss nicht sein. Aber ich glaube, dass Völkrug da Gespräche geführt hat. Man weiß mittlerweile ja auch, dass Werder sich mit der Berateragentur beziehungsweise mit jemandem von dort getroffen gehabt, jetzt auch zuletzt. Ich glaube, Völkrug war sogar auch dabei. Und es kommt so ein bisschen in Bewegung rein. Hier wird, wie gesagt, auch bei zum Beispiel einem Bildartikel, da kann man ja auch mal kurz rüberschwenken drauf. Jetzt hat auch Werder Anfragen für Völkrug. Und wenn man hier mal auf den letzten Teil geht, ist hier, die Wahrscheinlichkeit steigt, dass der Bundesliga-Auftrag gegen Bayern das letzte Spiel von Völkrug und Wesersteiner war. Ein Wechsel rückt näher. So, ihr könnt den Artikel natürlich komplett mal durchlesen, werde ich euch mal unten verlinken. Ich muss dazu aber wieder sagen, für mich persönlich sind das, ja, Indizien jetzt langsam. Da kommt ein bisschen Bewegung rein, das Gefühl habe ich auch. Aber, dass ein Wechsel viel näher gerade rückt und dass vielleicht Bayern das letzte Spiel von Völkrug war, da habe ich noch ein großes Fragezeichen. Was natürlich irritiert ist, dass Völkrug beim Training ausgesetzt hatte, jetzt zweimal, ich weiß gar nicht, ob er heute jetzt dann dabei war. Aber da wurde ja offiziell gesagt, wegen Belastungssteuerung, ist schon komisch bei dieser ganzen Geschichte jetzt gerade, wissen wir, glaube ich, alle, dass das ein bisschen komisch wirkt. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass er gegen Freiburg zumindest mal noch dabei ist. Ob es dann am Ende so wird, werden wir sehen. Aber es gehen jetzt immer mehr davon aus, dass da gute Bewegung reingekommen ist. Die große Frage, die ich mir immer noch stelle, ist halt, was man wirklich AC Mailand ernst macht. Also dann wäre ich sehr, sehr gespannt, worauf es hinausläuft. Oder wenn es ein Klub ist, den wir jetzt noch gar nicht genannt haben oder schon mal genannt haben, der aber schon auch zwischendurch mal kalt geworden ist. Naja, wir beobachten das Ganze mal. Ich bin sehr gespannt. Wie gesagt, Anfragen wurden für Freiburg jetzt bestätigt. Das heißt, mit dem Spieler wurde auch schon mal ein Stück weit zumindest geredet. Vielleicht ist jetzt mittlerweile was Interessantes dabei. Der Transfermarkt schließt in, ich glaube, was haben wir denn jetzt? Ich glaube, in neun Tagen. Pi mal Daumen. Korriert mich gerne in den Kommentaren. Schauen wir mal, was bis dahin passiert. Ich bin jetzt erstmal raus. Wünsche euch einen wunderschönen Tag noch, meine Freunde. Und lasst euch von dem Freiburg-Poker nicht so sehr stressen. Und ich hoffe, dass ich euch bald auch was sehr Positives einfach wieder vermelden kann. Das hoffen wir natürlich alle. Und ja, dann würde ich sagen, ciao, ciao.